Alter, allein wenn man jetzt nach unten guckt, sind diese Büsche alle 2D animiert bei mir. Ich hab die Büsche deaktiviert. Aber das sind einfach alles so Striche. Ja. Du kannst die deaktivieren. Ich hab alles deaktiviert, was gerade geht. Ja, ist doch ein riesen Vorteil. Ich wollt grad sagen. Weiß ich aber schon. Ja, ich aber nicht. Ich werd jetzt diesen Sendemast hier mitnehmen, Leute. Macht euch bereit, mich wiederzuleben. Imagine, du verlierst da an deinen Fallschirm. Das versucht Markus noch jetzt, oder nicht? Das wär geil, wenn das so wie ein GTA wär. Einfach dann despawned. An der Fallschirm. Jawoll, Junge! Markus ist auf jeden Fall als Erster unten. An der Fallschirm. Vielen Dank.